Hey Leute, willkommen bei Big Reacts Powered by Ohm. Heute wieder mit mir und Zinn. Wir gucken das Spiel von vorgestern gegen Entropic. Erste Map Overpass. Ja man, die wollten einfach B-Rushen, ne? Ja, Monster Block, sehr gut. Tut mir leid, aber das darf man eigentlich nicht machen. Dann sehen wir nochmal Replay von TC, guck. Direkt Flash, Rahm, Anti. Und einfach reinhalten, man. Dann noch Feeling. Oh lol, im zweiten ist das gut hier? Das war krasser Spray-Transfer. Nächste Hälfte bis rund. Boah, ich weiß noch. Ich hab gar nicht gerafft, dass ich ihn gekillt hab auch erst. Boah, fette Bude, Mann. Aber dann können wir skippen, Phil. Nein. Hat er Zeit? Ja, Mann. Das ist sehr knapp. Traurig. Aber er kriegt auch ein Gesicht einfach. Und hat noch 10 AP. Egal. Kopf oben. Weiter geht's, Mann. Das 2, zweite Map. Das 2. Was machen die? Die haben erst unseren einen Spieler gekillt. Genau, die haben erst Josef gekillt und wollten dann halt alle über Tunnel, wenn die kommen. Aber nicht mit dem Bo. Nicht mit dem Bo. Sehr gut. Farmers. Ich weiß nicht, wie man damit Kills macht. Josef wahrscheinlich auch nicht im Overpass-Clip im letzten Video. Aber nimmt man, ne? Farmers tapsen, sehr gut. Auch sehr satisfying. Boah, die Runde war wichtig, Mann. Wieder gleiches Szenario. Josef tot. Sie wollen Mitte Cross halten und D gehen. Aber zum Glück hatte ich noch eine Smoke und eine Flash. Du hast es 1A gehandelt, wirklich. Danke, Bruder. Gute Smoke, gute Flash. Gutes Gesicht auch, ne? Ja, natürlich. Apropos Gesicht. Was spielst du gerade für ein Crosshair? Ich muss sagen, ich habe die Demo auch geguckt. Ich habe gesehen, du hast 34 Buden gelegt. Und ich habe gesehen, du spielst einen Dot-Crosshair. Das wurde dann ausprobiert und wurde auch eingespielt auf jeden Fall. Und seitdem spiele ich damit auf jeden Fall. Wurde auch direkt umgesetzt gegen Fnatic, ne? Mhm. Fette Gesichter. Die letzten beiden Games gewonnen. Mit dem Crosshair geht gut rein. Und das bleibt auf jeden Fall erstmal drin. Safe. Kann ich auch nur so von mir sagen. Spielst du auch noch? Safe, ne? Ja, sehr gut. Das wird auch ein bisschen drin bleiben noch. Mirage. Dritte Map? Ja. War knapp als es sollte, ich weiß noch. Das ist eigentlich eine gute T-Hälfte. Glitze einer noch. Hat er gebrannt? Ich glaube schon. Boah, das war richtig sick. Er holt einfach Diegel aus. Ja, aber jetzt gibt er ihm ein Gesicht. Krass, das Spiel muss ich sagen. Sehr wichtige Runde. Das war so ein Hin und Her. Ich glaube, wir haben Pistol gewonnen. Dann haben sie die Diegel-Runde gewonnen. Dann haben sie die Folge-Runde gewonnen. Jetzt haben wir wieder die Diegel-Runde gewonnen. Das ist wichtig, man. Safe. Man muss immer antworten. Die Diegel-Runde sind... Wie im letzten Video auch schon gesagt haben. Die Diegel-Runden sind... Sehr gefährlich, Alter. Boah, das war auch... Guck. 2-2 nächste Runde. Die haben wieder so Diegel. Auch eine Hebrew-Amp hier. So eine close Runde wieder. Das ist ein Hin und Her. Ja, Mann. Tizzi hat einen guten Riecher hier. 1-3 war das, glaube ich, von Anfang an, oder? Ja, 1-3. Boah. Ein bisschen Pech. Ja, safe. Aber er hat ihn eigentlich immer noch unter Kontrolle auf jeden Fall. Ja. Weil er keinen... Guck mal. Guck mal, wie lässig. Ja. Safe. Krass Runde von Tizzi. Wieder... Wieder Tizzi. Wieder Tizzi. Aber jetzt Seve. Aber jetzt Seve. Seve. Bombe leider mit Runden und Condorn. Boah. Der Letzter war kurz bekannt. Genau. Aber er macht Runde. Ja. Ist auch schon sehr schnell da. Aber geht nicht direkt durch, okay. Aber Seve hat auch den richtigen Riecher. Einfach Gesicht, Mann. Sehr gut. Ja, ich würde sagen, also generell gegen Antropics immer eklig zu spielen. Weil die dir auch einfach wirklich ins Maul schießen. Die ganze Zeit. Und auch halt generell kein schlechtes Team sind. Haben sie auch in der Vergangenheit auch gezeigt. Auf dem Major mitgespielt. In Stockholm und so. Und weit oben auch. Klar wurde es vor allem auf dem Mirage. Würde ich sagen, closer als es hätte sein müssen. Wir hatten eine sehr gute T-Hälfte. Wir hatten Clutches und alles, die halt diese Runden ein bisschen zusammengekratzt haben. Auch wenn es halt ein bisschen scheiße lief so. Am Ende trotzdem gewonnen. Ich denke, dass immer was zählt. Und ja, unser nächstes Match ist jetzt gegen FaZe. Und ja, FaZe auch manchmal, muss ich sagen, ein bisschen am schwanken. Was würdest du sagen? Ja, FaZe ist natürlich Top-Team. Aber ich habe das Gefühl, FaZe liegt euch sehr gut. Ihr konntet ja schon mal 2-0 gegen die gewinnen. Und ich bin zuversichtlich, dass wir die auf jeden Fall schlagen können. Ist auch nur ein Team so. Weißt du was ich meine? Auch wenn die Top 1 sind. Auch auf jeden Fall schlagbar. Sehr. Auch nur Menschen. Du sagst es. Ja Freunde, das war Big gegen Anthropic. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Liken, kommentieren, Abo dalassen. Und Glocke natürlich nicht vergessen. Stark, Mann. Stark. Du hast Bock gemacht, Elias. Auf jeden Fall. Bis dann. Mehrere Studien haben gezeigt, dass Chirurgen die Gamen 32% weniger Fehler machen. Ich game nicht für mich. Ich game für dich. Transcend Humanity. With Omen.